Hier zeige ich Ihnen eine etwas ältere Definition von Wolfgang Neubauer und Gerdchen Luciecki, die relativ weit ist. Sie sagen nämlich, der Begriff Medienpädagogik ist ein Oberbegriff für alle Fragen der pädagogischen Bedeutung von Mühlen. Sie sehen, kann man so offen sehen, das ist ein Zitat aus 1979 und wir schauen uns mal direkt 32 Jahre später ein Zitat ebenfalls von Gerdchen Luciecki, 32 Jahre später an, da wird es schon ein bisschen differenzierter. Ich lese mal vor, mit den Pädagogenen fast alle pädagogisch schnell landen und potenzielle Handlungsanleitensätze mit Medienbezug und deren Reflexion unter allen Bezug empirischer Forschungsergebnisse und normativer Vorstellungen, beziehungsweise medienkundlicher, medienteoretischer, lern- und lehrtheoretischer, sowie sozialisations-, erziehungs- und beziehungstheoretischer Kunde. Gerd ist mittlerweile 77 Jahre alt, ich kenne ihn persönlich sehr gut und er redet tatsächlich so, er ist wirklich sehr präzise und was Sie darin erkennen ist, dass in diesen 32 Jahren tatsächlich einiges passiert ist in der Medienpädagogik, denn man könnte durchaus sagen, jedes dieser Adjektive steht für eine eigene Strömung in der Medienpädagogik. Das heißt also, was da stattgefunden hat von 1979 bis 2015, als dieses und bis heute, nee 2011, nee genau, bis heute entsprechend noch weitergeführt, ist eine Ausdifferenzierung, die da stattgefunden hat, eine Profilbildung, würde man sagen. Und die lässt sich natürlich auch darin spüren, in einer Definition von Medienpädagogik. Und ein Buch, das das ziemlich hilfreich nochmal darstellt, also einerseits kann man, das ist bereits die sechste Auflage der Grundbegriffe Medienpädagogik und in dieser, ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe die einzelnen Auflagen für kleinen Artikel, die ich geschrieben habe, mal gegeneinander gestellt. Erste Auflage bis hin zur sechsten Auflage. Und interessant dabei ist, dass man genau diese Entwicklung, die wir jetzt nur anhand dieses ganz kurzen Zitats mal nachvollziehen konnten, diese Ausdifferenzierung ganz gut nachvollziehen konnte, so im Laufe der Zeit, anhand dieser Bücher. Für Sie ist dieses Buch aber insofern auch praktisch, weil dieses Buch nämlich eine Art Lexikon ist, in der ein bisschen ausführlicher diese Begriffe auch dargestellt werden. Wenn Sie sagen, ich muss mal kurz wissen und auf den Punkt gebracht, was ist Medienkompetenz, steht hier drin. Ich muss mal kurz wissen, was ist auf den Punkt gebracht, Mediendidaktik oder Medienbildung, steht hier drin. Und das Besondere, was diesen drei Herausgeberinnen und einem Herausgeber gelungen ist, war, dass sie jeweils die Kolleginnen und Kollegen angefragt haben, diese Artikel zu schreiben zu den jeweiligen Begriffen, die ihr Leben lang mehr oder weniger dazu gearbeitet haben. Das heißt also, das ist wirklich, wenn Sie da kompakt sich informieren wollen zu den jeweils aktuellen Begriffen, Klammer auf, die in der Öffentlichkeit häufig falsch verwendet werden, also wenn Sie da bei der nächsten Party mal entsprechend mit dem gehobenen Zeigefinger auftreten wollen und sagen, Moment mal, also dein Bildungsbegriff ist total falsch, dann sei Ihnen dieses Buch empfohlen. Und für diejenigen, die nicht das Ganze im Endeffsicht anschauen wollen, die können natürlich, Sie wissen es, auch einfach in den Musikkurs schauen, denn da sind die wesentlichen Begriffe, die Sie für diese Vorlesung brauchen, schon eingescannt und entsprechend hochgeladen. Unter anderem ist das die außerschulische Medienarbeit, die Schule, kulturelle Bildung, medienpädagogische Forschung, Mediendaktik, Medienstik, aktige Medienarbeit, Medienbildung und Medienerziehung. Das finden Sie alles hier drin, beziehungsweise auch im Musikkurs. Ebenfalls in diesem Buch finden Sie eine andere Definition von Medienpädagogik. Und die erweitert jetzt nun, Sie werden es überfliegen, wenn Sie es merken, diese erweitert nun eine Zielperspektive, denn darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das heißt darin, Medienpädagogik bezeichnet eine Reflexionsform des pädagogischen, deren Gegenstandsbereich, sich aus lebenslangen Prozessen der Bildung und Beziehung unter den widerspruchsvollen Bedingungen mediatisierter Lebenswirklichkeiten konstituiert und die mit dem Anspruch auf Mündigkeit und Sozialität verbunden ist. Und wer jetzt genau liest von Ihnen, entdeckt weitere Hinweise, die ganz wesentlich sind dafür. Welche Hinweise werden jetzt, haben Sie entdeckt, welche sind wesentlich? Haben wir für ein neues Verständnis? Wer hat es entdeckt? Ja? Das lebenslange Prozesse. Genau, erstes, der lebenslange Prozess. Also lebenslange und Prozess. Was haben Sie noch entdeckt? Ja? Ein Anspruch auf Mündigkeit. Genau. Ja? Sie wollten das gleich nicht sagen? Das ist die Zielperspektive. Ich hatte es ja gerade schon geteasert. Das ist die Zielperspektive. Mündigkeit und Sozialität. Wie habe ich es nochmal? Hervorgerufen. Und das Ganze, entsprechend, das ist auch so klar noch nicht thematisiert worden innerhalb mediatisierter Lebenswirklichkeiten. Es wird, wenn Sie ältere Texte zur Sozialisation kennen, ich zeige Ihnen das auch in der nächsten Veranstaltung, am 8. Mai, da geht es ja im Wesentlichen um Sozialisation, da werden wir nochmal einen Schritt zurück. Einige kennen das vielleicht schon aus der allgemeinen Pädagogik. Und da erinnern Sie sich vielleicht an diese Orte, die Sie beim Hugelmann zum Beispiel finden, diese Orte, diese Sozialisationsinstanzen. Und da ist Medien irgendwo in der dritten, im tertiären Bereich. Und das trifft heute nicht mehr zu. Medien sind einfach in der Lebenswirklichkeit. Und das wird in diesem Zitat auch nochmal deutlich. Damit natürlich in jeder Instanz. In der Familie, in der Schule, im Kindergarten, in den Kids und so weiter. Da wird es nochmal deutlich, dass diese Begriffe Medienkompetenz und auch Medienbildung auch mit Zielperspektive hinweisen, die man schreiben könnte, so mit ganz großem, mit Mündigkeit und Sozialität. Das sozusagen steht über, oberhalb der Medienkompetenz. Für viele jetzt vielleicht etwas irritieren, weil sie sagen, Medienkompetenz ist doch die Kompetenz, Medien zu bedienen. Nee, ist eher mehr. Und eher das, glaube ich, nicht unwesentlich, die technische Handlungskompetenz. Aber eben, das ist mehr. Und das ist Zielperspektive von Medienbildern. Und lange Zeit war es so, dass es in der Medienpädagogik nur einen Begriff gab. Das ist dieser hier, der etwas bekanntere. Der häufiger mit Medienpädagogik in Verbindung brachte, die Medienkompetenz. Und erst so in den 1990er, 2000er Jahren kam dann ein weiterer Begriff dazu. Das ist die Medienbildung. Und irgendwie wundert man sich, dass dieser Begriff erst zu spät auch kam. Denn wenn man so Überlegungen zum Verhältnis von Medienbildung anstellt, dann hat es eigentlich eine ziemlich lange Tradition. Denn streng genommen beginnt diese Verbindung eigentlich schon mit dem ersten technischen Medium überhaupt. Wissen Sie, was das erste technische Medium war? Das ist schon eine Frage. Das erste technische Medium. Ich erzähle Ihnen gleich noch eine Geschichte darüber. Telefon? Telefon, nein. Kramophon? Kramophon auch nicht. Ja, das geht in die richtige Richtung. Noch ein bisschen früher. Technisches Medium ist streng genommen schon die Schrift. Die Schrift selbst ist schon ein technisches Medium. Medienwissenschaftler würden jetzt hier noch weiter diskutieren. Aber für die Medienpädagogik klammern wir das mal ein. Vielleicht haben wir noch die Gelegenheit dazu. Und mit der Schriftsprache begann eben, und später dann mit dem Buchdruck, den Sie auch eingebracht haben, jetzt dann die Alphabetisierung und dann entsprechend auch die Entwicklung von Bildungseinrichtungen. Also ohne Schrift und ohne Alphabetisierung bräuchte man eigentlich noch keine Schule. Und beide Begriffe, also ich meine Bildung und Medien, sind nicht ganz unproblematisch. Und deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir uns beide nochmal anschauen. Beide Begriffe, aber auch die Medienkompetenz.